now load auch komm schon ich hoffe euch geht soweit ganz gut ihr genießt das warme wetter beziehungsweise es ist ja wechselraff wechselhaft so ganz so ganz heiß ist es ja jetzt nicht mehr bin ich gestorben nur bitte aufwachen ein kleines mädchen na los subi so mir spielen okay ich muss erstmal wieder die steuerung reinkriegen geht zweimal springen kann ich hiermit kann ich wählen akane macht also damit lade ich das auf okay das eis ist cool muss man aufpassen das kann uns nämlich auch selbst treffen das letzte was wir bekommen haben war feuer na komm super so stimmt beim letzten wusste ich nicht genau wo ich weitergehen soll das bedeutet ich habe keine ahnung von hier kamen wir okay okay hier sind nur solche sachen ähm hier runter sind wir gegangen deswegen ist das alles eingestürzt okay von hier kommen wir nicht das bedeutet wir müssten irgendwie hier unten lang die frage ist nur wie kriegen wir den hier kaputt okay wir müssen den hier irgendwie kaputt kriegen warte mal ich kann doch meine schlagkraft verstärken es hat geklappt so geht da so so regeneriert er sich wieder alles klar super ähm warum haben die das eingebracht du kämpfst da noch nicht mal gegen mädels du kämpfst da gegen puppen hier das sind die puppen aber warum das monikas panty wenn es so ein fick interessiert ist es eine puppe was oh jetzt wird dafür für die type international agp exhibition werbung oje was habe ich mir da für ein spiel angetan ist auf jeden fall in der ähm äh in der beta und das bedeutet es ist noch nicht ähm was heißt in der beta early access würde ich eher sagen ich weiß nicht ob das so eine schlaue idee war jetzt kann ich nicht mehr zurück zu göttinnenstatum zu beten warte mal wenn ich das mache dann kann ich ihn von hinten super erreichen gibt es noch einen gegner na gut feuerfrei wow ähm um zu gucken wie ich jetzt ich bin jetzt ähm warte mal ich mach das nochmal für dich ich hab das ja ja titelscreen ähm ich mach das nochmal für dich marco grüß dich loadgame hier um dir das mal zu zeigen beim letzten mal sind wir hier im youtube stream sind wir hier voll verkackt mhm haben es voll verkackt dementsprechend ähm hab ich gerade herausgefunden na komm kleine kiyuma steh auf ähm man sagt so ein bisschen was darksoul mäßiges wir müssen hier unten weiter ähm den hab ich zerstören können mit nahkampfangriffen und zwar hab ich hier meinen ähm feuerla äh aufgeladen kann damit sehr starke angriffe machen so und dann ging es hier runter so und wir sammeln hier so verschiedene seelen mit der wir uns dann aufleveln können ähm das war vielleicht dumm warte mal ich nehme die arcano macht level 1 ich weiß nicht ob die so stark ist aber die reicht für den aus ok hier geht's runter die frage ist möchte ich hier runter die frage ist muss ich hier runter wahrscheinlich na gut wo 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 Du Lüppel! Oha, du Ratte. Oh, ist das mies. Nein, den will ich nicht weglegen. Den möchte ich benutzen. Danke. Kann ich mich ein bisschen heilen? Okay, Mana und Leben. Unten links sieht man... Bin ich verflucht? Das sieht so aus, als wäre ich verflucht. Hey, Justin, grüß dich. Mit diesem... Ja, die... Ich wurde gerade eben verflucht. Mist, das bedeutet, ich muss eine Göttinnenstatue beten. Damit ich... Woa, 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 woa. Seit wann ist das denn so schwer geworden? Die Monika war schon so assig. Es kann natürlich auch sein, dass es daran liegt, dass wir verflucht wurden und dementsprechend weniger Schaden machen. Fuck. Schön, dass ihr da seid. Ich spiele übrigens auch noch nicht so lange. Konter-Magie-Level 2. Stimmt, ich kann ja kontern, indem ich im richtigen Moment... Okay. Ich mach nicht genug Schaden. Weil der regeneriert sich, der Kristall. Das bedeutet... Jawoll! Das sieht gut aus. So, was haben wir hier? Ähm... Ist der tot? Ja. Super. Also der Pumpgun ist super. Ja, muss ich aufpassen. Der tut mir auch selbst weh. Oh, diese Roten sind echt mies. Ich muss unbedingt meinen Flug loswerden. Die Frage ist, wo werde ich den los? Fuck. Wer hat denn da jetzt geschossen? Yo! Warum sind die so schnell? Boah. Ich weiß nicht. Das sieht für mich so aus, als würde ich genau hier richtig lang müssen. Ich will nicht darunter. Ich will aber darüber. Aber vorher würde ich gerne... ...was anderes. Also folgendermaßen... Ähm... Für die Jessie... Ich weiß nicht, ob du den letzten Stream so mitbekommen hast. Aber ich glaube, da war eher die Charlotte dabei. Weil ich da auf YouTube gestreamt hatte. Ähm... Folgendermaßen... Und zwar... ...haben wir... Alles klar. Gut. Dass wir eine Katze dabei haben, weißt du dann ja dann. Super. Ah, okay. Hier kann ich nur zurück. Okay, dann muss ich hier hoch. Meine Feuerenergie ist jetzt bald langsam... ...nicht mehr aufgeladen. Na gut. Ich glaube, das wird richtig interessant. Nein, hier nicht lang. Was? Ja, zum Glück kriege ich hier keinen Fallschaden. Dann muss ich doch hier runter. Und dann hier lang. Okay, das war knapp. Ich... Ach, Mann. Du bist das. Ich hab doch... Ich bin so froh, dass es nicht mit Dark Souls ist. Was ist das denn? Also bei Dark Souls wäre schon dreimal gestorben. Wie geht's euch, Justin, Kai und Jesse? Ich hoffe, euch geht's gut. Hätte ich hier vielleicht kämpfen sollen? Ah, ein bisschen Leben. Super. Da muss ich kein Mana-Kristall... Äh, mein... Kein Heal-Kristall einsetzen. Okay, weißt du was? Ich nehm die Eismagie. Wenn er etwas hart ist, was ich spielen soll... Ich bin so froh, ich bin so froh, ich bin so froh. Okay, super. Ähm... Ich glaub, das muss ich mit Feuermagie machen. Eine Sekunde, da ist der Steam-Dingswurms gerade im Weg. Warum ist meine Facecam so gräulich? Äh, Sekunde, Sekunde, Sekunde. So, Flimmerunterdrückung, Paul, erweitert. Kein automatischer Weißabgleich. Mhm. Ich glaub, ich weiß warum. Da war ein kleiner Sonnenstrahl, der vom Fenster über den Rollladen direkt in die Kamera reingeguckt hat. Also, der hat sich direkt auf die, ähm... Der hat sich direkt auf die, ähm, Kamera reingesetzt. So. Das war vielleicht nicht so schlau. Okay, das wird so nichts. Da muss ich rüber. Oder ich mach das mit Arcana-Magie. Was war denn das? Okay, ich muss auf jeden Fall mit... 1171, das ist alles ein bisschen blöd. Ich bin da selbst gar nicht so sicher, was ich da machen soll. Ich muss vor allem diesen Scheiß fluchlos werden. So, auf jeden Fall schön, dass es euch einigermaßen gut geht. Aber ja, das kenne ich selbst. Ich bin selbst so ein bisschen, ähm... äh, rastlos und weiß auch nicht so ganz, was ich spielen soll. Ähm... Beziehungsweise, ich hab gerade andere Sorgen. Da komm ich so nett ran. Okay. Und dieser hier teilt das da. Kann ich das mit Eis vielleicht machen? Wenn ich hier ganz langsam... Nee, das bringt nix. Ich kann da nicht hoch. Es ist nicht so, als würde ich es nicht schaffen. Ich kann das einfach nicht. Ich soll da nicht hoch. Okay. Ist zwar jetzt nicht so geil, aber... Na gut, dann ist es so. Ah, wie soll ich den dann zerstören, diesen Kristall? Ja, den treffe ich so nicht. Ich muss dem irgendwie massiv Schaden machen. Aber wie? Also entweder gibt es da eine Barriere, die das schützt. Oder ich soll da nicht hoch. Aber das verstehe ich nicht. Okay, lass mich mal ganz kurz überlegen. Da komm ich nicht hin. Ach man, kann die Katze mir wenigstens nicht irgendwas sagen? Okay, hier geht es auch nicht lang. Aber hier geht es runter. Wind Level 2. Okay, Counter Magic. Ähm... Air Jump, Air Dodge. Ah... 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 Yo! Nein, ich bin... Och, Mann, ist das mies. Ja, ja, natürlich. Oh, Mann. Das Spiel ist gemein. Okay, so, die Frage ist jetzt, wie komme ich... Warte mal, ich kann doch hier bestimmt mit Feuer... Ich habe es gesehen, dass da was ist. Ich wusste das nicht. Oh, Ice Level 2. So, den Kristall nehme ich mal, dass es mir wieder besser geht. So, okay. Ice Level 2, Midrange, Missile... Okay, erkenne ich. Das macht jetzt wahrscheinlich einfach nur mehr Schaden. Mir fehlt trotzdem ein Element. Jawoll. Die kleine Uzi ist super. So, die Frage ist, nun muss ich hier lang, will ich hier lang? Ich glaube, ich weiß, wo ich hier langkomme. Ich glaube, hier kann ich wieder einen Shortcut öffnen. Das wäre... Wäre es... Das wäre super. Ja, komm. Ja, komm. So, du kriegst mich nicht. Was ist das für ein Lümmel? Perfekt. Supi. Jo, schön, dass ihr da seid. Wie gesagt, morgen gucke ich mir eine Wohnung an. Und... Wenn du dann kommst, morgen gut haben. Samstag der Jan vorbei. Dementsprechend weiß ich nicht, ob ich das Wochenende streamen kann. Da habe ich mir gedacht, machst du heute mal was? Und ja. Ah, hier ist ein Statue. Super. Super, ich bin den Dingsblings los. Abilities habe ich 1070. Das ist okay. Energie ist eigentlich ganz gut. Stamina. Extended Aura Duration. Ich weiß nicht, was Aura Duration bedeutet. Aber ich würde mal sagen, machen wir mal Decks. Mal noch 20. Ne, kann ich nicht. Okay. Machen wir nochmal Stärke auf 1. Passt. Obwohl ich eigentlich auf Intelligenz gehen möchte. Ich nehme die Life Crystals mit, weil Mana ist nicht so das Problem. So, jetzt will ich aber mal gucken, ob ich hier unten oder unten oder oben. Ich weiß nicht ganz. Ich meine, ich könnte hier irgendwo noch einen Shortcut öffnen. Sollte vielleicht doch mal... Sollte vielleicht doch mal... Ich wollte jetzt eigentlich nochmal meinen... Scheiß, ich werde überall bestochen gerade. Das ist übel. Okay, super. Jetzt wissen wir, wo wir sind. Wunderbar. Ja, kann ich hier auch gleich weitermachen. Genau, hier sind wir lang gegangen und hier haben wir es jetzt aufgemacht. Perfekt. So schließt sich der Kreis. Subi. Und dann geht's weiter in den Keller. Ich bin mal gespannt, was der nächste Gegner sein wird. Die Real Doll Monika soll ja sehr gut... Soll ja relativ beliebt gewesen sein, von dem Spiel her. Von dem, was ich gehört habe, gab es von der Monika die meisten Artworks. Will ich hier hin? Oh, perfekt. Ich habe alle getroffen. Schön. Das lief super. Jo, ich bin jetzt gerade... Ähm... OBS wieder. Dementsprechend, ähm... Wird es heute keinen Horizon geben. Jo. Ich will da nicht runterspringen. Oh, Feuer. Feuer Level 2. Ich würde sagen, das gefällt mir sehr gut. Jawoll, so komme ich... Alles klar, so bin ich also da hingekommen. Nein! Autsch! Das hat... Äh, war nicht so geil. Naja. Ich hoffe, ihr genießt das Spiel trotzdem. Ähm... Ich weiß, dass es dem Keiderspiel sehr gut gefällt. Wenn ich ausweiche, lassen die Gegner einen kleinen Vaxi mal an. Gefallen. Das ist wunderbar. Super, duper. So. Ja, wie gesagt, ich weiß, wer das Spiel mag. Ich weiß auch... Weiß aber nicht, äh, wem das noch gefällt. Ähm... Dementsprechend hoffe ich, dass es... Wirkt auf... Ähm, okay. Deswegen hoffe ich, dass es dir und Justin einigermaßen gefällt, das Spiel. Ich bin mal gespannt, wie weit das Spiel überhaupt geht. Und das sieht aus wie ein Gegner. So, dann nehme ich nochmal Mana. Oh, jetzt wird's interessant. Was ist das für ein Gegner? Was ist das für ein Gegner? Ich habe mich dazu entschlossen, den letzten Stream von YouTube wieder runterzunehmen. Ach, der schon wieder. Aua! Ach, diese Mist-Sau. Okay. Ich... Alter! Ich bin auch echt schlecht am Ausweichen. Der tut ganz schön weh. Auch finde ich gemein. Finde ich gemein, dass er... Ich finde es gemein, dass er das so extrem machen kann. Achso, stimmt. Bei dem Spiel haben sie ja vergessen, eine Unverwundbarkeitsbox einzusetzen. Oh. Das bedeutet, die Kleine braucht viel zu lange zum Aufstehen und kann einfach bis dahin weiter geklatscht werden. Was nicht so in Ordnung ist. Naja. Wannabes bleiben Wannabes. Ich meine, selbst bei Dark Souls hat man das. Ähm. Da ist immer so scheiße auf die Leute gerade. Glaub ich überhaupt richtig? Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob ich hier richtig laufe. Alter, hier geht's ab. Achso, ich kann ja nicht ewig rennen. Das bedeutet, ich muss hier hoch. So, ich glaube, ich muss hier lang. Ne, da geht's nur noch hoch. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020